In dieser Lehrvideo-Einheit geht es um den Vorwärtsfußfäger auf Koreanisch, Perro Chiqui. Wir fangen an mit Pip-Bak-Pi und setzen den linken Fuß erstmal kurz nach vorne. Eins, setzen ihn wieder zurück. Zwei, nicht absetzen, sondern den Luft halten. Drei, nach vorne, Oberkörper mit, nach vorne, beugen. Dann kommt der eigentliche Perro Chiqui mit der Fluchsohle über die Erde schlenzen und nach vorne hochschwenken. Drei, zurück in Kuhnschild, Kuhnschild und andere Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ganz wichtig ist, dass man den Rücken erst nach vorne und dann nach hinten läuft. Eins, zwei, nach vorne und jetzt nach hinten. Drei, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, 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 vier, fünf, sechs.